Und die Menschen dort sind in ihrer Mehrheit alles andere als kujoniert. Nun hat ja der Zusammenbruch der Sowjetunion zu einem Phänomen geführt, dass es plötzlich sehr viele Russen gab, die außerhalb von Russlands waren, in anderen Ländern und dort Minderheiten waren. Besteht jetzt die Gefahr, dass die alle pro-russische Separatisten werden oder sind? Nee, ich glaube, so kann man es auch nicht mehr. Mit dem pro-russischen Separatisten ist das auch so eine Sache, wenn man es mal konkret jetzt auf die Ukraine anwendet. Da war ja am Anfang, was sich in Donetsk und Lugansk abgespielt hat, das waren ja keine Separatisten. Wir haben sie schnell so genannt, aber das war ja gar nicht der Punkt. Sondern die Forderungen zu Beginn, ganz zu Beginn, waren ja lediglich, wir wollen ein bisschen mehr Autonomie, wir sollten mal über eine ansatzweise föderale Struktur nachdenken, damit die östlichen Landesteile, die immer schon von Kiew stiefmütterlich behandelt worden sind, damit es denen ein bisschen besser geht. Das war die Forderung, dass dann zu einem Zeitpunkt, als man von Kiew aus diese Menschen, die sich im Prinzip nicht anders verhalten haben als vorher die auf dem Maidan, als man dann den Antiterrorkampf begonnen hat, das war dann sozusagen die Initialzündung dafür, dass einige aufgetreten sind und gesagt haben, ja also mit Kiew, wenn die das so machen, da sehen wir keine Zukunft und dann gehen wir doch vielleicht lieber Richtung Russland. Das ist übrigens der Knackpunkt auch jetzt. Es ist ja keine einheitliche Masse, die man da hat, sondern sie haben welche, die immer noch der Meinung sind, dass man mit Kiew zusammen eine vernünftige föderale Konstruktion auf die Beine kriegt, allerdings zunehmend weniger nach dem, was bis jetzt passiert ist. Sie haben diejenigen, die sagen, wir wollen Russland nicht, wir wollen Kiew nicht, wir wollen einfach, wir wollen nur wir sein und sie haben diejenigen, die sagen, das Einfachste wäre, wenn wir uns Russland anschließen. Das macht es ja auch so schwer, das überhaupt zu fassen. Viele Begriffe sind ja auch nicht leicht zu verstehen im Zusammenhang mit der Ukraine. Es gab nach diesem Umsturz ganz klare Nazis, auch in hohen Regierungskreisen. Das kann man so deutlich sagen, es wurde selten so deutlich gesagt, aber es ist so. Und ich höre jetzt oft, die seien aber jetzt zurückgedrängt worden. Das ist wahrscheinlich wirklich schwer in ein, zwei Sätzen zu sagen. Es gibt, sagen wir so, ich glaube nicht, dass man der Situation gerecht wird, wenn man sagt, die sind von Nazis dominiert. Das sicher nicht. Man wird aber der Situation auch nicht gerecht, wenn man sagt, die spielen politisch keine Rolle, sondern es ist irgendwas dazwischen. Es ist eine Kraft, wo wir gut beraten wären, wenn wir schauen, welche politische Stärke sie hat oder sie entwickelt. Und bei welchen Aktionen diese Kräfte eine Rolle spielen. Es gibt ja ganz konkrete Beispiele. Es hat ja in Odessa wirklich einen Massaker gegeben, wo so kiewfreundliche und prorussische Kräfte, Fußballfans waren, das am Anfang aufeinander geraten sind. Und wo dann in einem Gewerkschaftshaus, an einem Platz, wo alles kulminiert ist, nach offiziellen Angaben mindestens 50, manche Quellen sprechen von 100 und noch mehr Toten, dass die zu Tode gekommen sind, weil dieses Gebäude angezündet worden ist, weil auf Menschen geschossen worden ist, die rausgegangen sind und die es geschafft haben, wurden erschlagen, etc., etc. Da haben rechte Kräfte eine große Rolle gespielt. Das ist bei uns aber nicht so berichtet worden, wie ich denke, dass wir es berichtet hätten, wenn die Täter andere wären. Also es empfiehlt sich, denke ich, ohne Rücksicht darauf, wer auf welcher Seite steht, die Vorgänge, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, auch deutlich beim Namen zu nennen. Und eben darauf zu achten, welche Rolle rechte Kräfte dort weiterspielen. Es werden immer Sanktionen gefordert von Web, von den Amerikanern. Die Amerikaner betreffen die Folgen überhaupt nicht, aber die Europäer und auch die Deutschen, ich wundere mich, dass die deutsche Wirtschaft nicht schon längst mal den Aufstand geprobt hat. Wissen Sie was? Ich wundere mich auch. Das hat möglicherweise tatsächlich etwas mit dem Klima zu tun bei uns, weil, das können Sie ja auch in den Medien verfolgen, wenn irgendein Wirtschaftsmensch sagt, also das mit den Sanktionen sollten wir uns doch vielleicht überlegen, dann hat er sofort irgendjemand als Counterpart, der dann sagt, ach, Ihnen sind wohl die Menschenrechte nichts wert. Also wenn Sie solche Etikette an die Backe geklebt kriegen, dann haben Sie es sehr schwer, weiter ernst genommen zu werden und weiter die Arbeit zu tun. Also von daher, das ist in der Tat ein Problem. Ich würde es mir wünschen, dass es deutlicher genannt würde, denn Fakt ist auch, also die Amerikaner fordern sie und haben wenig Nachteile davon. Und man kann auch beobachten, dass die neu hinzugekommenen Mitglieder in der EU massiver Sanktionen fordern, als beispielsweise Frankreich oder Deutschland. Wäre nicht schlecht, wenn man vielleicht tatsächlich mit den eigenen Interessen etwas offensiver umgeht, ohne Menschenrechte aus dem Auge zu verlieren. Darum geht es nicht. Wir sprechen in Fragen an die Autorin mit Professor Gabriele Kohn-Schmalz zu ihrem Buch Russland verstehen. Und drei, die sich mit einer Frage an die Autorin an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, das ist in diesem Fall C.H. Beck, zugeschickt. Das sind Elisabeth Schulz aus Schiffweiler, Wolfgang Mützel aus Ottweiler und Astrid von Seelen aus Sulzbach. Noch einen Anruf, bitte. Was sagen Sie dazu, dass die politischen Strukturen in Moskau von den westlichen Medien immer als quasi mafiös bezeichnet werden? Die politischen Strukturen in Moskau als mafiös? Ich habe gerade überlegt, das kann man auch über andere Länder sagen. Ja, das ist genau das, was ich auch sagen wollte. Also politische Strukturen, das wäre, wenn ich jünger wäre, mehr Zeit hätte, dann würde ich mich damit mal intensiver beschäftigen. Politische Strukturen, mafiös, ich glaube, da müssen Sie nicht nur nach Russland gucken. In Bezug auf die Krim und die Ostukraine wird dauernd auf das Völkerrecht verwiesen. Dies ist aber doch keineswegs ein Recht der Völker, sondern ein Recht der Staaten, deren Grenzen nämlich nur zu oft diktatorisch und gegen den Willen der eingepfährschten Völker gezogen worden ist. Wie die Schotten im vergangenen Jahr abstimmen konnten, so müssen alle eingepfährschten Völker doch auch abstimmen können und das Recht eben auf ihre Selbstbestimmung bekommen. Das ist genau der Punkt. Sie haben den Begriff Selbstbestimmung genannt. Und das ist auch der Grund dafür, dass es im Völkerrecht keine Regelung zur Abspaltung, keine Sezession gibt. Denn Sie können es im Völkerrecht nicht verbieten, diese Sezession, weil das massiv dem Selbstbestimmungsrecht widersprechen würde. Und Selbstbestimmungsrecht ist nun wirklich ein Gegenstand des Völkerrechts. Das Völkerrecht ist deshalb auch so kompliziert, weil es ja in wesentlichen Teilen gar nicht aufgeschrieben ist. Also Sie können in verschiedenen, der UNO-Charta und so weiter, können Sie natürlich schon die Prinzipien nachlesen. Aber das Völkerrecht ist etwas, was sich entwickelt, wo die Normen im Laufe der Zeit sich so aus Gewohnheitsrecht festsetzen. Und ich habe neulich noch mit einem Völkerrechtler darüber diskutiert, der gesagt hat, er macht sich Sorgen, weil im Völkerrecht mittlerweile so etwas wie ein demokratischer Interventionismus Einzug gehalten hat. Also auf gut Deutsch, man blickt irgendwo in die Welt, sucht sich ein Land aus, Klammer auf, wo man vielleicht doch die eigenen Interessen stärker hat, Klammer zu, und guckt dann, ob man nicht mit im Namen des Völkerrechts sowas wie ein Regime-Change hinkriegt, weil man damit dann die Demokratie befördert. Das pervertiert die Grundidee, die irgendwann mal dem Völkerrecht zugrunde lag. Und das hat ja auch zu schlimmen Konsequenzen geführt, ich sage nur arabischer Raum, Nahosten und so weiter. Hören wir gleich noch eine Frage. Also Frau Krohne-Schmalz, ich höre Ihrer Sendung jetzt schon ein bisschen hoch und ich muss sagen, die einzigen Sendungen, die ich im Fernsehen sehe, die ähnlich wie Sie argumentieren, das sind Humor- und Satiresendungen. Von nicht rechtlichen Nachrichten und so, so führe ich das eher weniger. Wie sehen Sie das? Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass die Kollegen vom Kabarett manchmal Dinge im Zusammenhang darstellen, wo ich mir vorstelle, dass es eigentlich unsere Aufgabe gewesen wäre, vielleicht wechsle ich ins Kabarett. Ja, also wenn Sie mal die Anstalt gucken, das ist eine der wenigen Sendungen, die ich kenne, wo solche Thesen überhaupt auch mal massiv belegt worden sind. Ja, vielleicht, weil da der Freiraum größer ist, weil man da mit weniger, vielleicht, weiß ich nicht, mit weniger Gegenwind rechnen muss, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schon bemerkenswert, das ist in der Tat bemerkenswert. Wir sollten jetzt gegen Ende der Sendezeit nochmal ein bisschen so Sachen zusammenfassen. Dieser ganze Konflikt hätte nicht sein müssen, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn man gleich am Anfang nicht eine falsche Alternative den Leuten aufgezwungen hätte. Ja, so ist es. Und das ist das, was mich so fassungslos macht und offenbar nicht nur mich, dass mit einer richtigen, mit einer überlegteren Weichenstellung dieses unendliche Leid, was wir ja auch nur ansatzweise hier mitbekommen, vermeidbar gewesen wäre. Nun ist das Problem bei diesen Sachen, das sieht man auch im Nahen Osten und so weiter, dass es möglich gewesen wäre, das Ganze friedlicher und besser hinzukriegen. Man hat es aber nicht gemacht. Und jetzt ist die Kar an die Wand gefahren zum Beispiel. Jetzt ist natürlich auch in der Ostukraine keine Stimmung mehr für eine wunderbare Zusammenarbeit mit Kiew, nachdem es so viele Tote gab. Umgekehrt auch. Also das Freund-Feind-Bild ist wieder ganz klar, um daran nochmal anzuknüpfen. Was könnte man denn jetzt heute noch machen, damit dieses Freund-Feind-Bild wieder etwas weniger wird? Das ist natürlich wahnsinnig schwer. Aber ich denke, die Basis muss sein, dass die Menschen, die es betrifft, miteinander reden. Es kann nicht sein, dass beispielsweise in Kiew gesagt wird, ja, mit diesen pro-russischen Separatisten setzen wir uns nicht an einen Tisch. Es kann nicht sein, dass irgendwelche pro-russischen Separatisten sagen, ja, also mit denen und denen setzen wir uns nicht an einen Tisch. Es wird immer so viel von Druck geredet. Warum machen nicht die Staatschefs der EU, von mir aus auch mit Druck aus Washington und Putin, Druck auf Kiew und die Ostukraine, dass sie sagen, ihr müsst euch jetzt mal zusammenraufen, an den Tisch setzen und nicht, dass es so ist, weil auf die Art und Weise, glaube ich, läuft gar nichts mehr, dass man von vornherein sagt, Moskau hat alles falsch gemacht, Kiew macht alles richtig. Weder das eine noch das andere ist richtig. Beide haben genug falsch und richtig gemacht. Und dass man quasi so eine Art Reset findet, um für die Menschen dort, wo man ja immer vorgibt, dass es um die geht, um für die Menschen dort endlich mal wieder eine vernünftige Existenz zu schaffen. Denn so wie das jetzt läuft, ist es die Hölle. Was etwas Mut macht, ist, dass es ja bei vielen Sendern so massive Proteste gegen die einseitige Berichterstattung gab, dass man die Blogs zunehmend abgeschaltet hat. Und ich kann auch bestätigen, dass hier bei uns heute unter www.sr2.de oder auch bei mir per Mail fast ausnahmslos Zustimmung zu ihren Thesen eingegangen ist. Das heißt, es scheint zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung einen Unterschied zu geben. Es gibt eine riesige Diskrepanz. Ich habe das früher auch schon festgestellt, aber so wie jetzt war es, glaube ich, noch nie. Und ich halte das in der Tat für hochgradig gefährlich, wenn in unserem System, mit unserer Verfassung, wenn sich da die Menschen von der freien Presse, die ja frei ist eigentlich, nicht mehr gut informiert fühlen. Ja, um Gottes willen, wo soll denn das hinführen? Das war in Fragen an der Autorin auf SR2 Kulturradio. Heute Morgen Professor Gabriele Krone-Schmalz zu ihrem Buch Russland Verstehen, der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens, erschienen bei CH Beck, Preis 14,95. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früh auch im Internet als Podcast, können Sie sich dann runterladen, speichern und in Ruhe nochmal anhören. In den Klassiker-Podcasts von Fragen an den Autor habe ich eine Sendung von 1991 nochmal eingestellt. Und auch Gabriele Krone-Schmalz, an Russland muss man einfach glauben. Die Diskussion hat im Internet schon begonnen unter www.sr2.de. Auf SR2 geht es gleich weiter mit dem Konzert. Und am nächsten Sonntag haben wir ein Thema, das auch ein bisschen dazu passt, nämlich Dr. Barbara Strohschein, die gekränkte Gesellschaft, das Leiden an Entwertung und das Glück durch Anerkennung. Da geht es auch um Gewalttätigkeiten, um Freund-Feind-Denken, um einen Teufelskreis auf Aggression und Entwertung eben. Und die Frage ist halt, wie kann man das wenigstens im Kleinen eindämmen? Kann man es schaffen, dass die Leute dann weniger aggressiv sind? Das also am kommenden Sonntag in Fragen an die Autorin. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.